Junkie, du bist ja kein Zuhälter. Ich habe dir tagelang gesagt, wenn du was von mir willst, hol mich privat an. Wenn du ein Problem hast, meld dich. Wenn dir nicht passt, mit wem ich sitze, dann halt deine Fresse. Du bist der größte Hunde in der Internet-Kicksucht. Und jetzt, wo du ein paar Abonnenten bekommen hast, weil Sinan mit dir einen Kampf gemacht hat, die sagst, du willst mir nicht den Kampf gemacht, wer will denn mit dir einen Kampf? Du bist eine lächerliche Witzfigur und jetzt sieht Deutschland gerade erst, wie viel Mann du wirklich bist. Du, wir kämpfen umsonst. Ich will keinen Cent. Wir machen das aber mit Kameras, damit du nicht wieder deine Lügen mit deinem Bruder Faton erzählst. Du bist ein Lutscher, Junge. Ein ganz kleiner Lutscher. Junge, den einzigen Kodex, den du hast in deiner Nase, das ist dein Kodex. Guck mal, ich will mich kurz halten, böse Mann. Ich habe gar keine Nerven für deine Junkie-Art, ja? Du bist ein Mann, dann steht zu deinem Wort. Du hast geschrieben, ich hole. Und dann wird das geklärt. Dann komm, wir können in jedem Gym hier kämpfen. Ich bin da. Du hast gesagt, du kommst. Komm, ansonsten werden wir uns irgendwann spontan sehen. Und wir wissen ja, beides wird nicht mehr lange dauern. Und dann werden wir das da klären. Mach deinen Mund zu, halt deine Klappe und fertig. Und fertig.